Wie ist er? Ist sie sympathisch? Bist du ein fröhlicher Mensch? Bist du optimistisch oder pessimistisch? Wie findest du ihn? Magst du sie? Er ist nett. Sie sieht sympathisch aus. Meistens bin ich fröhlich, aber manchmal bin ich auch traurig. Ich bin meistens ruhig und entspannt und nur ganz selten gestresst. Er ist ein glücklicher Mensch. Sie ist ein zufriedener Mensch. Ich finde dich sehr nett. Bist du sportlich? Seid ihr ordentlich oder unordentlich? Sind sie pünktlich oder unpünktlich? Bist du ein pünktlicher Mensch? Kannst du gut Fußball spielen? Kannst du gut Deutsch? Was können sie gut? Sie ist ein unpünktlicher Mensch. Ich finde es wichtig, pünktlich zu sein. Meiner Meinung nach ist Pünktlichkeit sehr wichtig. Ich werde schnell nervös. Er kann gut Deutsch. Sie kann gut singen. Ich habe Humor.